Du und Musik Hi Leute, Basti Schwierz hier bei Du und Musik und an dieser Stelle der allergrößte Knicks, den meine Knie noch so zulassen, an alle, die letzte Woche mit dabei waren beim Du und Musik Garten. Ein riesen Hin und Her. Erste Absage im Juli, dann das und dann mit Wetter und allem drum und dran. Lange Rede gar kein Sinn. Es hat stattgefunden, es hat Spaß gemacht und es war ganz großartig, wie viele Leute da waren und ich habe sehr viele glückliche und lachende Gesichter gesehen. Und das Allerwichtigste überhaupt, meiner zweijährigen Nichte hat es auch gefallen. Sehr sogar. Das ist das Allerbeste. Danke an Alexis, an Tobi, an Benne und alle anderen, die da waren. Das waren die drei Protagonisten, die mit mir zusammen Musik gemacht haben. Ich werde das aufarbeiten. Es ist ein Acht-Stunden-Fall geworden, das braucht ein bisschen, aber das wird peu a peu in den nächsten Wochen hier auch noch stattfinden, was wir da so gezaubert haben. Am Du und Musik Garten letzte Woche. Jetzt ein Studioset von mir mit Musik, unter anderem von Stefan Bozin, von Eric Pritz. Und da gehen ganz große Shoutouts raus an Nico Cabeza, der mir seine Version von Piano vorab geschickt hat, bevor er sie wirklich released hat, dass ich sie spielen konnte. Many thanks in Richtung Berlin. Dankeschön. Und hier jetzt das Podcast-Set Nr. 397 hierbei. Du und Musik. Du und Musik. Au tout début, il y eut un son. Le musicien survint, le prit, le laissa partir. Il l'a repris et le laissa couler entre ses doigts. A la fin du temps, il y a le tempo. Et au fond du temps, c'est l'instinct de la basse. De la basse. La note tremblote entre ses doigts. La voix du maître est dans les graves. Le rythme naît, la vibre et sa balance. C'est l'instinct de la basse. La ronde dame épouse sa hanche. Elle se trémousse, elle se déhanche. Elle est maîtresse du tempo. Va pointer, lit ses résonances. Douceur, rondeur, enchanteur. Sublimeur, enchaîné à sa contrebasse. Et l'archer en plein cœur. Et l'archer en plein cœur. La basse. La basse. La basse. Que de mots pour ne rien dire. Laisse couler, laisse drifter. Et la guitare nous guide. Pour sûr, la corde lit en mes sons. Cors et âme donnent la pulsion. Descente tourmente du rythme basique. Syncope divine et très mollo. La muse se joue du musicien. Rappelez-vous, Mingus disait. Je ne suis point maître de ma musique. Et l'archer en plein cœur. C'est l'instinct de la basse. C'est l'instinct de la basse. 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 De la basse 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Don't want. Bis zum nächsten Mal. 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 Und wer nicht. Und zwar auf, du und du und Musik.